The Last of Us Remastered Folge 26 Und damit nochmal herzlich willkommen, ihr seht's, neue Aufnahme-Session Mieses Schwein Genau, Mieses Schwein Ja, wir müssen jetzt so schnell wie möglich raus aus dem Laboratorium Aus dem Labor Wir haben mal in der letzten Folge herausgefunden, dass wir nach Salt Lake City müssen zum Krankenhaus Da sollen ja angeblich die Fireflies sein Die ominösen Fireflies Die Glühwürmchen Wow Die schießen auf mich Das ist nicht gut Schöpere Wir werden uns mal eine Flasche nehmen hier Jawohl, stirb Ja, stirb Aber wenn's so weitergeht, hol ich mir gleich doch die Axt Denn, ähm... Wir haben nur noch einen Lebensbalken für unsere... Unsere... Ah, ich kann sie aber verbessern Ich kann sie aber verbessern Das heißt, äh, äh... Wir haben wieder drei... Akzeptable Balken Ich werd mal wieder den Dings nehmen Den Backstein Backstein, Backstein Backstein Oh... 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 Oh mein Gott Schon wieder eine längere Pause gehabt So... Ja, ob das jetzt gut gelöst war oder schlecht gelöst war Ich weiß es gar nicht So, was haben wir an? Pillen 75 Wir hatten gesagt, wir wollen unsere maximale Gesundheit Da kann ich mich noch in Sinn verbessern Äh... Für uns Weiß es, wir müssen noch ein bisschen was sammeln Wechsle ich jetzt auf die Axt Ich glaub schon Obwohl die Machete eigentlich ganz cool ist Ich glaube, ich nehme die Axt Und werde die Axt verbessern Sobald ich eine Klinge habe So... Nochmal kurz schnell umsehen Aber hier hatten wir uns, glaub ich, schon Hier hatten wir uns, glaub ich, schon umgesehen In der letzten Folge ist, glaub ich, nichts mehr Großartiges zu finden Denn hier haben wir schon alles abgegrast Im Labor Ja So Und somit sollen wir mal so schnell wie möglich hier Die Düse machen Ich düse, 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 düse im Sause-Schritt Ich nehm dich mit Mit zu mir Ich düse, düse Hallo, hallo Alte Alde, 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 alde Alde, was ist hier los? Hey, jetzt brauchen wir echt mal Medikits Ach, da schimmelt, da schimmelt einer Der schimmelt auch um die Ecke Mal schauen, ob er den mal irgendwie Der fliegt Da klebte sein Gehirn irgendwie an der Scheibe Aber ganz komisch, ich muss schon wieder Medi-Pack Geben, ich muss schon wieder Medi-Pack geben Ähm, ja Also, dass wir so viel jetzt hier verbrauchen Sollen vielleicht mal ein bisschen Forscher angeben, das Ganze Häh, eh was Häh Nein Stirb Hallo 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 Halle Alter Ach, scheiß Oh Mann Oh, ah, das tat weh Was soll ich jetzt tun? Was? Woa! Wtf! Du musst mich hochziehen... Okay? Bereit? Eins-zwei-drei... ...Aaaaaaaah! Ach du scheiße! Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei Outlast, wo man am Ende auch so tingelt. und dann steht die Aufgabe oder zur Aufgabe steht da im Raum Versuche zu entkommen so ungefähr geht's mir gerade okay oh 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 mein Gott du hast meine Freundin getötet, Arschloch Na los, hör aus da! Machen wir's auf den Harten! Woah! Woah, das war knapp Oh man, Joel geht's nicht so gut Mist Fuck Genau Bin schon da, Ellie, bin schon da, Ellie Oh 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 Ja Ja, ich versuch's ja Mein Gott, kannst du dir vorstellen wie's mir geht? Oh Entschuldigung Nimm noch ein kleines Stück, komm Hey Oh da ist, da ist der Ausgang Oh 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 Das hat sie ja gut hinbekommen Muss man ihr mal lassen Oh Leg den Arm um mich Okay Okay, wir gehen Wo gehen wir den hin? Oh Ja Ja Das denke ich auch, dass Joel dann anfängt zu singen Warte Ich öffne die Tür Lass dir Zeit Oh 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 Ah Ah Ich hab aber ganz schön gut schießen gelernt in der letzten Zeit So wie es aussieht, fängt an zu schneien Ich glaub hier sind wir sicher Joel Joel Scheiße Joel Hier Ah Steh auf, steh auf, steh auf Sag mir was ich tun soll Komm schon Jetzt steh ich schon auf Joel Winter Ja Wir befinden uns jetzt im Winter War ja irgendwie klar Uiuiuiui Sind jetzt wahrscheinlich schon ein paar Tage vergangen Oh wie süß Oh ist der knuffig Oh 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 Äh Wer ist denn das? Hä? Okay Oh Das wird nicht lang reichen Uiuiui Ist jetzt Joel weg? Ist er jetzt? Oh Du verjagst ihn nur Okay Das Pferd scheint immer noch da zu sein Also spielen wir jetzt Ellie Aber was ist mit Joel? Das ist eine gute Frage Wow, cool Welch Welch eine Wandlung Oder Wandlung des Spiels Finde ich richtig toll Muss ich ganz ehrlich sagen Finde ich richtig gut So Und jetzt müssen wir wahrscheinlich auf die Jagd gehen Dass wir hier mal Irgendwas zu futtern finden, weil Boah Sieht das mit dem Eis genial aus Gibt's doch gar nicht Wow So ein bisschen Wahrscheinlich 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 ein bisschen ruhiger angehen Genau Da oben ist er Wie weit reicht denn das Ding an hier? Äh Ich glaube ich werde mich noch ein bisschen näher dran trauen Um den Um den, den, den Ich wollte es gerade schon sagen Um den Esel zu fangen Äh Um den Elch zu fangen Oh Der hat gesessen Der hat definitiv gesessen Sehr schön Kann man eigentlich auch rennen? Ja Werden wir mal hier lang gehen Der wird wahrscheinlich jetzt hier irgendwie ums Ums Gestein so ein bisschen rumlaufen Vermute ich mal So, wo ist er denn jetzt? Da ist er Da ist er Ja, geil Geil Lecker Fleisch Lecker Fleisch Zum, zum Überleben Und wir müssen ja Sch, 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 sch So wie der Kronky Mal sagen, Survivalen So Irgendwo ist er hin Da Dürfen nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg Und dürfen keinen Nicht bewegen Ja Ne, doch nicht Ich glaub der war daneben Ich glaub sonst hätte sich Ellie, glaub ich, eher gefreut Als wie, oh man zu sagen Oder? Obwohl Blut Da hinten läuft er Ja Huh Wo ist er denn jetzt? Ist er aufpassen, dass wir hier auf keinen Ast treten Das macht, das macht nämlich Komische Geräusche Dann, dann Haut der Elsch nämlich ab Der Elsch Rudolf The Reynolds Rain Team Na 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 Rudolf The Red Nose Rain Team La 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 When Rose Froggy Christmas Team Wieso lebst du noch? De 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 Oder haben wir ihn doch getroffen? Ah, das mit dem Schnee sieht auch so fantastisch aus gerade, ne? Das gibt's gar nicht So mit den, mit den ganzen Spuren so Deine Spuren im Sand Die ich gestern noch fand Hä? Okay So haben wir ihn Scheint doch schwerer erwischt Als ich dachte Ich dachte wir müssen ihn vielleicht doch nochmal Irgendwie versuchen zu treffen Was haben wir da hinten? Sieht aus wie ein alter Förderturm Sieht aus wie ein alter Förderturm Den wir Was ist das für ein Ort? So wie so eine alte Förderanlage Hat Ellie eigentlich ein Okay, Ellie hat kein Inventar Toll Alles ist okay Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort Ja, alles ist okay Restricted Area Employees only No tree passing Das kennen wir ja Sowas haben wir ja schon häufiger gelesen Der ist aber komisch gelaufen Oh, da ist er ja Jawohl Es ist mir zu ruhig Es ist mir zu ruhig Hallo Wir wollen nur reden Eine falsche Bewegung Das hier geht ganz böse ins Auge Das gilt auch für dich, Sportfreund Was wollt ihr? Ähm Ich bin David Das hier ist mein Freund James Wir sind eine sehr große Gruppe Frauen, Kinder Und wir haben alle großen Hunger Wie bei mir Frauen und Kinder Und alle haben viel Hunger Tja Vielleicht können wir dir Dir was für das Fleisch da geben Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja? Im Lager Du kannst mit uns kommen und Ich geh nirgendwo mit euch hin Dein schweigsamer Freund da kann sie holen Wenn er damit wieder kommt Gehört das Fleisch euch Wenn jemand anders kommt Dann geht das ganz böse ins Auge Genau Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze Und beeil dich Geh schon Das Gewehr nehme ich Na klar Na klar Jetzt zurück Das wird ein bisschen dauern Was sie will Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen Dann nimm ihn mit Na also Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein Ich mag's wenn ich allein bin Verstehe Ähm Wie heißt du? Warum? Okay Ich verstehe es ist nicht leicht Ein paar Fremden zu vertrauen Und Und der Verletzte Du machst dir große Sorgen Es wird bestimmt alles gut Vielleicht Vielleicht Oh nein Oh nein Oh nein Ach du Scheiße Du hast noch ne Waffe? Sorry Okay ich Ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück Nein du hast deine Pistole Ich hoffe du kannst damit umgehen Ist nicht mein erstes Mal Weggegangen Platzvergangen So ja Jetzt natürlich äh Gehts los Jagdgewehr Neu Waffe Oh was haben wir hier schönes? Schnell Nach Ich möchte mich trotzdem noch erstmal umsehen ganz kurz Ah jetzt haben wir ein Inventar Hallo 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 Ich muss nur sitzen Ich kenn das schon Ja ja Das kennen wir alle schon Bäm Wo wo Ich hab keine Waffe mehr Ich hab keine Muni Munition mehr Oh Oh Ich hab keine Waffe mehr Ich hab keine Muni Munition mehr Oh da nicht immer Munition Ja also Ja also Dann halt die Schnauze Halt die Schnauze Halt die Schnauze und schick den Schrank Na los So So. Wo, 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 wo!! What? Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. What the fuck. Huh. Huh. Wo kommen denn noch welche? Hallo? Genau. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ah, ah, stirb, 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 stirb. Stirb, stirb, stirb! Stirb! Uuuh! Ich will das Medipack mal nehmen. Ganz schnell. Sicher ist sicher. Ja. Uuuuh! Ich kann mich insinnen, dass ich damals auf dem PlayStation 3 hier schon gestorben bin. Uua! Hallo! Ellie, renn! Renn, Ellie! Ellie, renn! Uuuuh! BÄÄÄÄM! Wie geil. Oh, ne Schublade. Wir sollten hier nichts liegen lassen, denn es bleibt spannend. Oh, ne Pistole. Wow. Haben wir einen Lappen gefahren? Oh, jede Menge jetzt Gezois. Was wir natürlich... Entschuldigung, was wir natürlich mitnehmen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist... Kann Ellie den Fremden vertrauen? Das ist gerade die Frage, die ich mir so stelle. Oh, oh! Oh, shit! Shit! Shit, 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 shit. Oh. So. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein. Oh, nein, oh, nein. Oh, nein, oh, nein. Nehmen wir mal den Backstein. Oh, nein, oh, nein. Wir nehmen den Backstein. Können wir was herstellen? Ja, ein Medikit. Wie genial. Das brauchen wir auch. Bevor wir einen Molotow machen, nehme ich mir lieber einen... Oh, ah. Ein Medikit mit. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein. Die unberechenbaren Clicker sind mal wieder unterwegs. Oh, nein. Ganz gefährlich. Wir werden mal hier ein wenig lang schleichen, hier unten drunter. Vielleicht... Über diese Backsteine. Oh, oh, da hinten. Oh, 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 oh Hallo, hallo, hallo! Oh, 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 oh! What, geh weg! Ah, wo kam der denn her? Ach du scheiße! Oh nein! So ein Mist aber auch! Oh nein! Komm, 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 komm! Wo war der denn gewesen... bei uns wäre ela schon wunderbar gestorben es geht ja gar nicht das geht ja gar nicht wo 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 okay sterben bis zu innen anscheinend das ist aber dämlich 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 der Mischung einmal dabei sind ganz wichtig ein Medikit herstellen wie war denn noch mal Treppe raufgehen? ich glaube auch mit Dreieck, ne? Kann das sein? Gott sei Dank so, hätten wir das schon mal erledigt? ich weiß gar nicht ob wir den weglocken sollen, sondern einfach mal die Treppe hochgehen, so auch doof hallo hallo ah ah wow alles klar Gott sei dank oh, da liegen Scheren und alohol Ja, wie kommen wir denn da hoch? Ah, hier. Hier wahrscheinlich, oder? Genau. Hallihupp. Jawohl. Wunderbar. Sehr schön. Ja, und in dieser, ja, nicht ausweglosen, äh, 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 dieser ausweglosen Erfahrung entlasse ich euch in einer kleinen Pause und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder und dann geht's spannend weiter. Also, bis demnächst. Ciao. Ciao.